Jooo ihr Lieben! Heute geht es wieder rund. Wir machen eine schöne Tour heute mit den Bilden von Martin. Du bist dabei und er hat noch eine Freundin mitgebracht. Und jetzt fahren wir gleich schön durch den Hobart. Eigentlich sollte man den Schlitten mitbringen, hat aber vergessen. Naja, muss man halt irgendwie anders fahren. Schnell aber noch. Also, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.